Nee, aber du ölst dich jetzt echt vor, ich mach das immer. Willst du mal dazu was sagen oder? Zu der Babyöl-Sache? Ja. So, ja. Also, wir haben den legendären Bodyformus. Es werden viele Kommentare jetzt hier sein, wer ist Bodyformus, alles kein Problem, Leute. Ich schreib's auch in den Kommentaren. Dragonball-Socken? Dragonball-Socken für die Kraft. Aber die Sache ist halt, der Leonidas hat gesagt, schafft er Barry 140 Kilo Bankdrücken? Hab ich gesehen. Wie ist denn eigentlich jetzt das Fazit? Was haben die gesagt? Also, ich hab ihn eingedrückt. Was? Ich muss es versuchen, Leute. Ja. Aber wirklich, ist das keine Ausrede? Hier tut's ein bisschen weh am Hamburger. Das kenn ich irgendwann. Ah, da erinnere ich mich nicht dran, er kommt gleich negativ überhaupt hier hoch. Ich mach jetzt noch ganz kurz ein Boosterchen. Ich kann natürlich, wenn ich Bock hab, auf ESN.com mit dem Code LEON einkaufen. Dann spart er den Besten und unterstützt mich. Also, durchsteck ihn. Barry eigentlich so wie Baron oder wie so eine Beere? Wie Barry? Äh, Baron. Barry Ernst Hamaschmidt. Aber doch ohne Spaß. Dang. 20 Umstände sind okay, oder? Easy. Was soll ich sagen? Natürlich ist es okay. Ich glaub, Barrys Brust ist zu flach. Der kommt immer gegen das Ding. Vielleicht müssen wir einen drunter stellen. 140. Einen muss ich schaffen, Alter. Einen muss ich schaffen. Einen muss ich schaffen. Dich, ey! Ey! Einen muss ich schaffen. Einen... Ja, okay. Ja, okay. Ey, was ist denn eigentlich dein, Max? Ohne Hilfe, eine sauberen waren 170. Und dein Max? Mit Bandagen 270. Guck dir das an, Alter. 100 Kilo, wie lange ich dafür gebraucht habe, um eins zu machen. Leon auch, als er 16 war. Für 100 Kilo habe ich auch schon ein bisschen gebraucht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich würde mich dann gerne noch einmal mit 100 mal warm machen. Falls das geht, ist ja dein Kanal. Das ist zur Hälfte auch mein Kanal. Also du musst auch mich fragen. Darf ich? Darf ich? Geht, geht, geht. Das ist ja alles. Das ist bekannter als du. Wer denn? Brauchst du mich als Spotter? Nur mal gucken. Einer. 220. Aber ich habe ja mal ein Video gesehen mit so einer goldenen Hantel. Die ist wahrscheinlich auch da. Das würde ich mal gerne versuchen. Wie viel hast du davon gemacht? Bruder, zwölf Mal. Aber ich muss fairerweise sagen, zwölfte darf schon nicht mehr so leicht aus. Ich muss mal kurz zu Johannes gehen und nach Kreis fragen. Zu wem? Zu Johannes. Hast du Kreis für mich? Johannes Lukas. Hallo. Ich mache jetzt auch dieses TikTok und Instagram. Da könnte ich mich alle abonnieren. Und auf YouTube habe ich... Oh, jetzt brauche ich Kreis, Alter. Du schneidest das alles wieder schön zurecht, ne? Nicht zu deinem Vorteil. Leon, Leon. Wenn schon mal Johannes hier ist. Kannst du vielleicht mal das Mysterium auflösen, ob Johannes einer von den Bodybuildern ist, die riechen? Warte mal. Das war ein mieser Front, Alter. Das kam von dir. Nee. Das war deine Idee. Bei dir ist es okay. Das riecht auf jeden Fall nicht sportlich. Deswegen öle ich mich jedes Mal ein. Du musst das jetzt sagen. Stink ich oder stinke ich nicht? Er stinkt. Nicht. Ja, ist okay. Wie fühlt man sich so mit 180 Kilo? Als ob es nichts ist. Weiß ich nicht so. Ja. Hat jemand, äh... Denkst du um? Äh... Ja. 140 Kilo, Alter. Let's go. Okay. Gucken wir mal. Doch, 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 doch. Oh, warte, warte. Ich mach die nochmal. Ich krieg den hin. Das Gute ist, hier sind noch andere, breitere hinter mir. Das heißt, der Druck steigt. Oh, shit, Alter. Scheiße, Alter. Ah, Scheiße, Alter. Dieser Satz. Ich hab die nicht mal geschafft. Die 140 Kilo. Und das fühlt sich so an, als ob ich zwei Wochen trainiert habe, Alter. So sah es auch aus. Dankeschön, Alter. Warum, ähm, sagen viele Menschen, dass du ein guter Mensch bist eigentlich? Hörst du das oft? So gut wie gar keiner. Wie viel ist das jetzt so? Äh, 210. 210. Ich werde jetzt so viele Wiederholungen machen wie jeden. Ich glaube, da wird kein Rekord drin sein. Vielleicht brauchen noch einen guten Aufhänger heute. Ja, ja. Dann kommt jetzt. Ein Brustriss bei 210 Kilo wäre eigentlich gut. Digga. Ja, ja. War okay. Ist dein Alter nicht so schlecht? Ja. Für einen 30-jährigen. Machen wir noch Butterfly? Irgendwas anderes noch? Oder was machst du noch? Was geht denn jetzt erst los, Alter? Also ich mach jetzt nochmal 200. So siehst du aus wie bestellt und nicht abgeholt. Ich brauch halt jemanden, der mir beim Filmen hilft. Und ich will Ukarn jetzt in der Bank drücken. Ich brauch jemanden, der das vom Mittengesicht… Du machst also auf Leonidas, ja? Genau, bloß du würdest… Du würdest… Du würdest… Jemand einmal… Du würdest zwei Ukarns nehmen und die drücken… Ich nehme nur einen. Weißt du? Okay. Dann brauchen wir es ja auch nicht filmen. Wie? Wie? Oh ja, guck dir dieses Gesicht an, er lächelt sogar dabei, Alter. Bist du's, Alter? Ich bin auf sein Profil drauf und ich blockiere ihn jetzt. So, blockiert, weil das geb ich mir nicht mehr. Wirklich an alle Leute da draußen, blockiert Leonidas. Das ist für mich Leonidas. Okay, du entscheidest jetzt Gewicht. Oh, easy. Komm jetzt, jetzt noch ein rechte, wie gesagt, in der Leer, warte. Ey, ich sag dir, nur die rechte Seite ist das, Alter. Hier, easy. Ist wirklich so schlimm, aber ist egal. Hast du eigentlich noch Haare auf dem Kopf oder warum trägst du so ein Tuch? Ne, doch, ich hab Haare, aber ich bin auf jeden Fall bald in Istanbul. Siehst du? Ey, das sieht doch voll gut aus. Aber das wird bei jedem Mann passieren, der zu viel Sport macht. Bei mir nicht. Ich hab ja Sport gesagt. Leon, wie ist es bei dir mit Haaren? Äh... Ich darf wieder am Crunchfit trainieren. Die Zuschauer, die meine Videos auch sehen, die haben mitbekommen. Also ich nicht. Kurzzeitig Hausverbot hatte, weil ich im Slip gepostet hab. Ich hab ne Boxer schon, also kein Prosing-Slip oder so. So ein Boratanker oder so, Alter. Und wenn sich die alten Gay-Männer überein unterhalten. Boah, Alter. Ich bin ziemlich schlach eigentlich gerade. Er sagt einfach, er fühlt sich flach heute. Du, Okan. Du kannst doch Johannes mal sagen, dass du nicht drehen willst. Ne? Kein Problem. Johannes, bisschen Abstand halten. Ist ja 1,50 Meter. Ja, natürlich. Ich bin halt sehr kontraktfreudig. Du magst die Menschen. Ich mag Menschen? Ich wirklich nicht. Du laberst nicht. Ich glaub, er meint das gar nicht so im Job. Hey, ich weiß. Kann man nicht supporten eigentlich? Ne. Du laberst so viel. Es wird viel kommen wie gehen jetzt weiter. Jetzt reicht's. Das ist schon schwer, ne? 100, ne? Ja. Okay. Yes. Das war gar kein Problem, Leute. Ja, das waren nur drei. So, jetzt kommen wir zur letzten Brustübung. Reicht doch langsam. Echt? Das war's schon? Ja, noch nicht ganz, aber was? Aber Böring, musst du noch mal einen Satz machen? Hab ich schon. Ja? Hab ich schon. Mach nochmal einen Satz, komm. Ähm, äh, nein. Leon, magst du mal motiviert zu werden? Kannst du ihn mal so ein bisschen anstrengen? Oh, Alter. Gib Gas. Gib Gas. Sehr gut. Schön zusammen und ich bin hier. Sehr gut. Ja, das ist es. Huh. Und hilft es? Nee. Ja. Bunker-Face. Alter. Der beste Mann. soll ich zum Brief machen? Oh. Aber du musst dich gleich noch ausziehen für den Thumbnails, weißt du. Ja. Hast du Photoshop? Ja. Ja. Ja, Barry sollte man auf jeden Fall nicht bei Instagram folgen. Nicht bei YouTube. Und auch nicht bei TikTok, würde ich sagen, oder? Also, TikTok auch nicht. Und ganz wichtig, Leute. Leoni darfst blockieren. Dann geht's euch besser. Ich muss sagen, wirklich ganz, ganz krass. Und wie wichtig ist das wirklich? Ja. Und was machst du jetzt noch? Ja. Ich, äh. Ich, äh. Ich, äh. Ich, äh.